Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digmon Survive. Wir befinden uns mitten im Kampf mit Piedmon. Diesen müssen wir natürlich versuchen irgendwie zu besiegen. Wir haben aber nützlich eine Hilfe von Garoumon bekommen, der sich sogar zu Verigaroumon weiter digitiert hat. Und jetzt sollten wir das doch wohl schaffen. Und dann werden die mal von da. 50% Genauigkeit, oh verdammt. 50% Genauigkeit, oh verdammt. Ja? Geh weg. Dass der hier auch mal abhaut. Dass er sich das überhaupt wagt. Ich bin der Schmuck. Ich bin der Schmuck. Ich bin der Schmuck. Ich bin der Schmuck. Angreifen. Ich hätte erst gedacht, es ist doch noch ein bisschen länger, aber gut. Komm ich nicht irgendwas Interessantes und mal noch ein paar Lämmel hoch zu ballern? Das wäre natürlich schön. Er leuchtet in der Ruin... Oh nie. Ich habe jetzt noch ein paar. Ich habe jetzt noch ein paar. Ich habe jetzt noch ein paar Lämmel hoch zu machen. Ich habe jetzt noch ein paar Lämmel hoch zu machen. Ich habe jetzt noch ein paar Lämmel hoch zu machen. Und ich habe jetzt noch ein paar Lämmel hochat거를. Ich habe jetzt noch einen Beleg. Ich habe jetzt nicht mehr vorzulegen. Ich habe jetzt noch ein paar Lämmel hoch. Ein Lämmel hochat. N-n-nanda? N-nanda... N-nanda-gore? Oh nein! Deminhibe ist plötzlich überall, er ist viel schnell bevor. Warte, Minoru-kun! Miyuki-chan ist noch in der Zeit! Na, wir sind in der Zeit! Na, wir sind in der Zeit. Wir sind in der Zeit! Das ist das, was wir hier haben! N-nanda! Takuma-kun? Takuma, Minoru! Oh Mann! Oh Mann! Ja, mir geht's gut! Gegenbe Takuma! Wir müssen hier... Warte, Takuma! Anakiru... Miyuki-chan dokorokka... Takuma-kun... ...demoh... ...demoh... ...doboh... 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 ...Miyuki-kun... ...doboh... 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 ...üzuto Cuma-kun, solidarmi aus, ...doboh... Ich habe ihn nicht mehr. Hm, einer muss es tun. Ich bin weggegangen. Takuma-san. Ich habe ihn nicht verhindert. Ich habe ihn nicht verhindert. nicht alle. Al das, ganz sicher standen. Achtung ... Ich bin nicht sicher, dass das Piero-Geruch das Gefühl haben. Aber wenn ich... Ich weiß, ob ich jetzt nicht mehr so lange... Wenn ich die Zeit erneue, in meinem Leben bin... Ich bin wieder auf der Fall in meinem Herz. Ich werde es nicht mehr... ... ich werde mich zurückzuhren. Geh-Rul-Mann. Ich weiß nicht, dass Tocma und Agamon es nicht mehr... Ja, was jetzt? Wo zum Teufel? Sind das Kokons? Wo bin ich? Es ist so dunkel, dass ich nichts sehe. Wie soll ich jetzt stehen? Wo ist oben? Wo ist unten? Was ist das? Als ob es aus dem Boden kommt. Diese furchtbare Stimme. Wie bitte? Etwas Dunkles und Großes ist auf dem Weg zu... Was ist das für ein seltsames, warmes Licht? Diese Stimme habe ich schon mal gehört. Mal sehen, woher kommt das Licht? Was ist das? Das war's für heute. Taguma! Taguma! Schön! Ich habe mich nicht verstanden, aber ich habe mich nicht verstanden. Ich habe wirklich... Ich habe mich zusammen mit einem anderen Körper geleist. Das ist ein Schuss, das wunschte Dinge. Das war alles in das Wunschte, der Heilige Geist, in der das Welt der Welt. Aber das Wunschte? Das Wunschte und Tachuma. Das Wunschte, das Wunschte, in der Welt der Welt, der Heilige Geist und der Heilige Geist. Das Wunschte, das Wunschte, das Wunschte. Und ich habe dort, wie viel Zeit? Das Wunschte, der Ihr Herz verdient. Ich verstehe das, wie es bei Haulem an ihrer Seite ist. Ich verstehe das, wie es bei Haulem ist. Ich verstehe das, wie das Herz tut es, ob es sein kann, dass ich mich nicht geholfen kann. Ich weiß nicht, was ich abgelehnt es ist. Das... das hat der Professor gesungen. Ist das das Lied, der Mina sie macht? Das ist wieder dieses gleiche... das ist wieder dieser gleiche dunkle Raum, aber wird es nicht größer? Ich will noch nicht hören... 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 Miko... 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 Ich will noch nicht hören... 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 Mann, dazu fällt mir nichts mehr ein. Tut mir leid. Ich wünsche, sie würde mich nicht mehr behandeln, als werde ich fünf. Warum macht sie sich solche Sorgen? Ich fahre doch nur auf einem Camping aus. Klar, ich werde immer ihr Kind sein, aber das bedeutet nicht, dass ich mich nicht entwickle. Es bedeutet nicht, dass ich niemals erwachsen werde. Ich habe etwas vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles habe. So wichtig kann das nicht sein. Was hat sie denn? Man könnte meinen, es ginge um Leben und Tonegrüße. Seltsam, als würde sich ihre Stimme immer weiter entfernen. Takuma! 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 Ruf mich da wirklich meine Motte? Takuma! Was? Das ist nicht die Stimme meiner Mutter. Aber sie klingt vertraut. Und warum fühlt es sich an, als würde ich zittern? Takuma! Oh! Takuma! Ruf mich da! Ruf... Ruf... ... Also all das mit meiner Mutter... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, wenn du hier bist. Aber... Was? Nein, das... Ich... Takuma... Ich... Entschuldigung. Ich bin hier vorhin gekommen. Vorhin? Komisch, mein Kopf ist alles durchgegangen. Ich erinnere mich nicht. Was? Ich bin hierher in der Welt. Ich bin hierher in der Welt, um mich zu helfen. Ja, das war es. Und so... Ja, aber dann, mich zu... Ich bin hierher in der Welt. Dann kam ich zu einem solchen,er das zu einem kleinen Ort. Ich war's gut, Takuma! Ich habe mich mit Miyuko unterhalten und sie hat ganz normal gesprochen. Ich glaube, sie hat was gemacht und dann waren wir von diesem Licht umhüllt. Nein, doch nicht. Ich kann mich wohl doch noch nicht an alles erinnern. Wenn ich Miyuko fragen könnte, wüsste ich, was sie sich... Ich weiß nicht, dass ich mich auch nicht erinnern kann. Wenn ich mich auch nicht erinnern habe, dann habe ich mich auch noch nicht erinnern. Ich bin natürlich nicht erinnern, dass ich es nicht erinnern kann. Aber wo fangen wir an mit der Suche? Ich bin nicht erinnern, dass ich nicht erinnern kann. Ich bin nicht erinnern, dass ich ihn nicht erinnern kann. Ich weiß, dass es so gut ist. Ich weiß, dass es nicht so gut ist. Aber es ist... ... 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 今の声ってタクマ僕にも聞こえてタクマあそこ見てミユキここは私ミユキ僕が分かるタクマミユキよかった大丈夫はい たぶんよかった 本当に大丈夫そうだねー いや 心配してくれたんだ 当たり前だぞ 美雪も僕たちたくまさんとあぐにそう言ってもらえて 私これまで 私たち兄弟によくしてくれて やっとだ やっと 俺なんてそんな気にしなくていいよ 僕はそうしたかったからそうしただけだから 僕もタクマイド 私も私の意思で たく たく 私たちって そうだったのか 今までミユキとこんな風にちゃんと話したことってなかったね うーん でも ここに来る前の場所で あの時は急だったし ゆっくり話したわけじゃないからさ そっかー ある意味 初めまして うん それじゃあ改めて お母さんの名前は よろしくお願いします あのー それでたくまさん うん いやー 私たちの時に 私たちが 怒られていた時のこと あまりを 謝らなくていいよ それに実を言うと 僕たちもまだ でも 森がいつもと違って なんか変なの そういえば さっきもそんなこと アグモンは 何がいつもと違うと思う この森 僕たちみたいな奴らの気配が 全然ないんだ アグモンみたいな奴 うん ファルコモンや ドラクモンや 他の それって どういうこと それは僕にも分からない ファルコモンたちの気配も 他の奴らの気配も なんにもないな 皆と 遠く離れちゃったってことなのかな パッと見た感じだと さっきまでいた工場の近くでも なささ あの妙な島のどこかだとは うんだけど ハイ工場に向かうとちゅうにも 森があったけど あそこには 花なんて パッと見た感じだと さっきまでいた工場の近くでも なささ あの妙な島のどこかだとは思うんだけど ハイ工場に向かうとちゅうにも 森があったけど あそこには花なんて その人になって ルーンに アグレープホ gravity ヴィリ dynam sinks ルーンに 彼の 海原ぼや もちゅうción た後段 それに 何したら 学生かし hice Das kann nicht sein, die Umgebung passt nicht. Wenn überhaupt, dann ist das... Nein. Das kann nicht sein, oder? Ich meine, das ist doch nicht möglich, oder? So läuft das einfach nicht. Ich muss mich beruhigen und nochmal drüber nachdenken. Alles sorgfältig, eins nach dem anderen geprüfen, wie der Professor. Tachuma, was ich noch nicht wusste? Nein, noch nicht. Tachuma, wie soll es das jetzt tun? Ja, ja. Ich habe auch das auch gedacht. Wenn ich mich hier nicht schlafen habe, dann ist es auch schwierig. Oh, nein, ich muss mich nicht schlafen. Ich muss mich nicht interessieren, aber... Ich muss mich erst sehen, oder? Du kannst mich wieder bemerken? Das ist doch... again... Das ist nicht so... Wichtig. unter diesen umständen sind unsere möglichkeiten begrenzt wir können hier bleiben und darauf hoffen dass die anderen uns finden oder wir drei könnten uns umsehen das könnte ich auch argumann umschauen könnte sich auch argumann umschauen wenn ich hierbleiben was sagt mein profil statt ist nicht Die Idee ist nicht zu, als ich auf meinem Leben vertreten bin. Es ist nicht zu, dass ich mich nicht vorgegeben bin. Die Idee ist mir, dass ich jetzt nicht vorfällig bin. Ich bin die Idee, dass ich zu mir durch die Indien befestigt habe. Ich bin nach AGM. Gib mir das! Miyuki? Ich bin hier abhängig und bin hier abhängig. Wenn ich... Das ist doch nicht so. Taku-ma... Das ist doch nicht so. Wir müssen uns wiederfinden. Wir müssen uns nicht entfernen. Wir müssen uns mit drei Menschen zusammen... Aber wenn wir uns nicht in der Nähe von Rey beschädigen, dann geht's weiter. Wir müssen schnell gehen. Ah, ich habe es geschafft. Es ist so, als ob wir auf den richtigen Weg gehen können. Weg geführt werden. Aber es könnte auch ein Zufall sein. So oder so, müssen wir uns in Bewegung setzen. Wir sind dem beleuchteten Pfad bis hierher gefolgt, aber das ist nicht irgendeine Falle, oder? Oh, geht das nur mir so, oder sieht das hier irgendwie vertraut aus? Was ist das für ein komisches Gefühl? Wenn er recht hat, wenn das wirklich der Ort ist, an den ich denke. Das könnte nur an einem einzigen anderen Ort sein, aber das war bevor ich Agamon getroffen habe. Ich hoffe, dass er plötzlich in einer anderen Welt war. Das ist dann... Takuma? Ich glaube, diese... Vielleicht... Nein... Takuma! Takuma, warte! Du bist auch in hier! Ich bin so im Grunde, dass der geschwindet wird. Das ist in derrschung von mir. Ich bin sicher, dass ich mich... Und ich bin sicher... Ich bin sicher... Ich bin sicher... Ich bin sicher... Ja, ja schon... Ja, so... Ich bin hier... Ich bin hier, und bin hier... Ich bin hier... Und das, weiter in den Welt... Tag mal da. So, das ist... So, was... Was? 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 Ich weiß gar nicht! Hier ist... ... der Agu-Mon. Was ist das? Das ist nicht das, was ich in der Welt? Wir gehen jetzt zum Tunnel! Ach, was ich? Tuck mal! Was ist das? Ich weiß nicht, was wir hier sind? Ich weiß nicht! Hä? Hier ist Taku-Mas? Ich habe mich erinnert. Es ist ein bisschen anders. Aber ich bin sehr glücklich. Ich bin auch. Schön. Hä? Wie ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da stand, auf der Musikstunde. Die Musikstunde? Ich... Ich... Ich wollte mir die Musik singen. Und dann kamen wir eine schwarze光. Und sie hat mich gegründet. Und... Das war auch das, was mir gemacht hat. Ich habe mich wieder zurückgebracht, da war ich in der ganzen Welt. Ich habe mich so viel zu retten. Ich habe mich wieder an die Taku-Mas. erstmal für diese folge in der nächsten folge werden wir sehen wie es weitergeht bis dahin müsst ihr aber eigentlich noch ein bisschen geduld haben wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen nach oben da lassen würde mich riesig darüber freuen auch gerne netten kommentar wenn euch die videos gefallen könnt ihr mich auch gerne mit einem abo unterstützt vergesst aber natürlich nicht die glocke zu aktivieren damit ihr auch nichts mehr verpasst links kommt ihr noch zu einem weiteren video was youtube euch vorschlägt und rechts ist die playlist zu die morgen soweit ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag bzw wunderschönen abend und bis zum nächsten mal